Musik Hallo, heute mache ich Flädler mit Spargel und Rahm-Champignons. Dazu brauche ich Weizenmehl, das habe ich noch nicht aufs Brett gestellt, kommt noch. Dann Milch, Eier, Petersilie, Öl, Butter, Zwiebel, Champignons, süße Sahne, Schnittlauch, Salz, Pfeffer und Spargel. Musik Gut, ich mache jetzt den Pannkuren-Teig, dazu habe ich das Mehl, die Milch, die Petersilie, das Ei und dann kommt noch Salz und Pfeffer dazu. So, das Ei habe ich reingemacht, jetzt rühre ich die Milch dazu. Musik Pederseilie. Musik So wird das Ganze mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Musik So, der Teig ist fertig, der muss jetzt im Moment ruhen. Ich putze jetzt die Spargel und die Champignons. So, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Champignons sind geviertelt, der Spargel ist geschnitten. Dann habe ich hier Schnittlauch. Ups, so war es nicht geplant. Gucken wir mal alles wieder zurück. Musik Und die Zwiebeln, Butter, Öl, Salz und Pfeffer. Für die Rahmschampignons zerlasse ich jetzt die Butter und schwitze die Zwiebelchen an. Die Butter ist zerlassen, jetzt schwitze ich die Zwiebelchen an. Musik So, die Zwiebelchen sind angeschwitzt, jetzt kommen die Champignons dazu. Musik Die Champignons sollten geviertelt werden, aber unsere waren ein bisschen groß. Ich musste sie nochmal in dem Mittel ein bisschen durchschneiden. Ihr müsst dann halt mal schauen, wie groß eure Champignons sind. Lieber nochmal vierteln, weil das kommt ja nachher in die Soße und wenn es zu groß ist, macht es auch keinen Spaß. Musik So, das Ganze würze ich jetzt mit Salz und Pfeffer und stellt es zur Seite. So, wie ihr seht, ist der Spargel jetzt im Topf, der wird gekocht. Ich packe gleich die Pancakes und die süße Sahne schlage ich steif. So, jetzt machen wir den Pfannkuchen. Ich mache gerade meinen letzten Pfannkuchen. Ich erwärme die Champignons. Jetzt kommt der Schnittlauch dazu. Und jetzt die geschlagene Pfannkuchen. Und jetzt die geschlagene Pfannkuchen. So, das ist unser Flädchen mit Spargel und Champignons. Ich wünsche dir, ich hoffe, nicht ich wünsche, natürlich wünsche ich mir das auch, dass euch der Beitrag gefallen hat. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen lieben Kommentar oder wenn ihr uns liked und über ein Abonnement. Vielen Dank, tschüss! Vielen Dank, tschüss! Untertitelung. BR 2018